Was bedeutet Tierschutz für mich? Sich als Mensch mit seinen Bedürfnissen vielleicht einfach mal ein bisschen hinten anstellen, sich selber auch nicht so ernst zu nehmen. Und ich persönlich muss sagen, ich sehe mich als Mensch nicht als Krone der Schöpfung. Und was mir ganz wichtig ist, Tierschutz sollte nicht bei den Haustieren aufhören, sondern jedes Tier ist ein Lebewesen. Und ich glaube, zusammen, gemeinsam können wir da echt noch viel bewegen. Ich hoffe, ihr seid dabei.